so meine damen und herren herzlich willkommen bei einer weiteren runde paladins rank wir haben auf jeden fall mal zwei bei uns drei die so aussehen als wissen sie was sie tun zumindest an dem namen sind war bound wissen sie was sie tun hoffen wir es zumindest mal und wir haben auch ein idee und er will aus ziemlich hart war das nicht akku fernando ach paco ja okay die sprechen sich sogar ab das heißt wenn der hiel macht rechnen jetzt auch noch rollen ab oder was hoffentlich erst nach terminus die gespräche ich decke kollege level 13 und level 16 ich weiß sie waren dann in die dabei zwei tanks alle da noch mal okay die scheint sich gut zu kennen 35 scheiß die fondant die 게임 die 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 das das was war das war das mein lieblingsdinger sind nicht dabei und man flanker wenn man ding aber damit customize your champion guckt euch mein team an ok ok die scheinen nicht schlecht zu sein darauf denke ich erst mal guck mal ob die im voice sind oder nicht im senpai der antrux ist level 35 und der pip level 30 das wird lustig ok jetzt machen wir uns einen spaß ich sorge dafür dass sie nicht mehr geheilt werden können sind Sie auf voice comms? ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht ich weiß nicht Begin. An enemy has drawn first blood. An enemy double kill, double kill, triple kill, killing spree. Okay, noch 20 Gotten. I'm here. Shit. He's good. Now we're going to take their healing further down. We're going through here. We're going to take a tank. Shit. Ja, unsere Leute haben das. Gehen wir noch eins weiter auf kill steal. Äh, auf liferip. Das heißt, dann werde ich noch ein Stück weiter gerailt. Now my slaves. Oh, come on. Ja. Ja. Okay, war das unser? Genau. Einmal ein. Gehen wir 10% die. Ja. Ja. 15 Sekunden Ja Ja, es hat sich auf mich konzentriert, aber es war Das war lustig Okay, ich bin auf Quarturice gegangen Ich habe noch ein bisschen was frei Ich kann so 200 und mehr machen Soll ich auf Fähigkeiten? Ich halte momentan zu wenig aus Punkt spawning in 15 Sekunden 5, 4, 3, 2, 1 Okay, ne, kann ich nicht Äh, ich bin viel zu spät zur Party Ich bin verletzt Ja, das haben wir drin. Außer einer hat gerade noch sein Ultimate bereit oder so. Ich hoffe, ich kann dann genug zielen. Die machen die Arbeit da vorne. Wunderschön. Du hast mich doch da gerade gehört. Was zur Hölle? Ach, der war die ganze Zeit unsichtbar. Oh, krass. Wusste ich gar nicht, dass das so geht. Der Kipp ist noch vorne. Ah, shit. Na gut, verfass ich die Ulti. Ich bin mir eigentlich ganz lieb. Oh, shit. Das war voll daneben. Okay, Ulti ist fertig, aber... Das wäre schön gewesen. Ja, geil. 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 Da war wieder der. Er hat mich mal getroffen. Ich werde meine Vengeance haben. Jo. Nice. Ich bin der Master der Hunde. Ach. Impressiv. Ich habe sogar... Und so beginnt. Okay, das war jetzt nicht so berauschend. Ich habe gedacht, es wäre eine von meinen Ulti. Ich würde wissen,ll mal's nicht. Nein, ich habe Angst, keine Angst. Ich bin der Schreck ja ich habe mich auch etwas zurückgehalten muss ich sagen der gegner ja der gegnerische info war nicht wenn so wie heißt der typ ich hab's vergessen aber der war auf jeden fall sehr gut ich habe sogar die meisten kills was der platz sogar nur aber ansonsten uns zufrieden und damit bedanke ich mich fürs zuschauen das ist echt eine gute runde das wäre so eine runde wenn heute keine bessere mehr kommt dann lade ich die heute hoch dann bis zum nächsten mal und haut rein